moin leute und herzlich willkommen zurück in tanglewood wir sind ja in tanglewood richtige erkenntnis was ich gemacht habe nicht eben auch so nein die hieß ja doch so nein so warte das passt nicht wollen wir abfahren also los stampen der kleine bungalow waren der stromkasten dachboden im keller das haus hat keinen dachboden du warst gefühlt 400 mal hier du hast eine halbe sommerferien hier verbracht ja okay habe ich gesehen habe ich gesehen ja ja das tut mir leid das heißt küss mich an du hast doch hier deine wasser drei wochen hier in der sommerferien bis dieser tragische unfall mit leslie passiert ist weiß noch deine alte schulkameradin irgendwie ich weiß ja nicht genau was los war wir sollen jetzt auch ermitteln da hat ja die mutter dich irgendwie darum gebeten alles was du in der zeitung gelesen hast ist das hier ja nee das ist eine zeitung das schreibt ist das schon wahr hier soll wohl so ein besuch gewesen sein der ist geistig durchgedreht und hat ja und die haut gerade vor dir ab weil du nur scheiße hat die hausbesitzerin gegessen leslie leslie ospiter jürgen kalle pantoffeln jürgen kalle jürgen kalle jürgen kalle jürgen kalle das ist die treppe runter ne was was hat die geschlossen glaube ich ich mein thermometer genau du wolltest zeigen dass auch du eine seele das kann ich nicht aussprechen und wie wir festgestellt haben ist es leider nicht so ja das kann ich auch nicht aussprechen das kann ich mit meinem gewissen nicht vereinbaren und so eine krasse lüge kann ich gerne ein schimpfwort sagen aber ich weiß nicht ketchup experte das ist aber schon eine heftige beleidigung du bist ein ketchup experte du bist ein ketchup experte du 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 bist ein ketchup experte das stimmt das war jetzt aber makaber ja toll super wie viele leichten suchen wir jetzt musst du rausschneiden du nö anzeige ist raus anzeige ist raus anzeige ist raus ein grad Wer kann denn das nicht ab? Martin. Echt nicht? Kann er nicht ab? Nö. Okay, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Was geht ab, Martin? Bist du bereit? Du musst das stumper sagen. Er mag das nicht, wenn du das so OAHUAH! So kann ich das nicht. Ich übernehme das für dich. Martin, falls du das siehst, bitte nimm es nicht persönlich. Und ich weiß, dass du nicht nachfragt bist. OAHUAH! So, das hätten wir geklärt. Was ist das? Was? Wo? Der Schaukelstuhl. Ja, ja, der wippt, ne? Ii, der macht voll die Geräusche, Alter. Hier hängt er von letzter Nacht noch fest. Ja, ist vielleicht ein bisschen Giz dran. Aber keiner geht... Oh, nee, ich muss hier raus. Oh, ich krieg Gänsehaut. Ich muss hier raus, ey. Wieso murrt das? Ich hab mich eigentlich vorher gewaschen. Der ist durch den Dotz gelaufen. Ich bin durch den Dotz gelaufen. Nein, der Geisterhautschule. Oh Gott, du hast dich eingekackt, was? Na, du hast dich eingekackt als erstes, ey. Ich hab dich doch gehört. Du hast gekreischt wie ein Mädchen. Ja, weil du dich doch einmal auskriegst. Ja, aber die Linie war ja nicht mal richtig hoch. Du hast dich ja richtig angestellt, ey. Äh, du hast selber geheult. Ja, mal Lappen. Warte, was ist das denn? Hast du einen Wachsmaler hinten in die Hose gehabt, oder was? Was wäre da der Beweis gewesen? Das war ein, äh... Yo-Kai, ne? Oder war das der Yu-Rai? Nein, Yo-Kai. Ich find den nicht. Der steht nicht im Buch, da oben. Ähm, die Box wär's. Die Box drinne? Ähm. Nö. Ich hab aber eine. Ähm, ja. Back to the Thema. Hast du einen Wachsmaler irgendwie hinten in der Hose? Oder in Schokolade gesessen oder so? Du hast den gleich im Gesicht. IMF hast du schon drinne? Ja. Also ich hab jetzt keinen Thermometer mehr. Guckt euch die Beule hinten in der Hose an. Mein Gott. Und da wieder... Bei dir ist das bis nach vorne. Ich hab da vorne gelaufen. Das ist aber nicht mein Co-Co-Co-Coat. Wow. Alter. Ich wär grad auf einer braunen Spur fast ausgerutscht. Bist du hier vorhin lang gelaufen? Lesley, wo bist du? Bist du? Hallo, Lesley. Wo bist du? Sie mag das, wenn ich das mache. Ach so, warte mal. Hier. Lesley, kannst du mit mir reden? Kann man dir helfen? Hat du einer ne Waffe? Oh, wa. Oh, wa. Ist halt so stumm. Ist so geil, wie Udo sich immer aufregt darüber, ey. Tja, arme Udo. Geil. Geil. Oh, wa. Udo ist geil. Lesley, schreib ins Buch. Oh, wa. Ja, also reden, putze nicht. Ja, ich hatte jetzt auch grad nix. Wo bist du hin, du Ketchup-Experte? Ach so, wir sind ineinander. Erster. Ich hab übrigens süße Wauzis auf meiner Tasse. Wer für deine Wauzis. Ja, so, warte. Aber wir müssen, guck mal, wir müssen mit dem IMF, äh, weißt du? Der ist ja drin, ey. Ich weiß, deswegen hab ich den ja auch genommen, ne? Ja, drin liegt auch einer. Just saying. Just saying. Ja, ich will hier kein Beef oder so. Man kriegt kein Beef, ey. Hast du mal ein Steak und einen Nagel? Steak und einen Nagel? Ja. Ich will ein bisschen Beef anzetteln. Ich brauch auch noch Papier. Okay. Du bist da ein bisschen hängen geblieben, wa? Was? Oh. Nö, eigentlich, wir sind ja auch nix. Was? Was heißt nix? Am Router hier vielleicht, ja, ja. Aber die Kabelage hast du ja auch verlegt. Die Katastrophe. Ich hab keinen Sport gebaut, wollte. Hm. Echt? Schande über dich. Ich will dir der Bus nicht überstehen, ey. Ich hab ihn nur reingelegt, an gar nix angeschlossen, Bus explodiert. Ja. Das passiert. Könnte passieren. Kurt. Kurt. Kurt cropped. Jo, 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 jo. So. Ich bin mal im Untergrund. Hä? Ich bin mal im Untergrund. Ein Orbs ist auch schon wieder da. Ein Orbs. Ah! Ah! Genau da, wo du gerade hingegangen bist. Ich bin tot. Und wieder? Ja, hat sie wenigstens Buch geschrieben? Keine Ahnung. Ich hab aber mal, ich, ich hab ein Foto gemacht. Das heißt, dafür könnten wir, wenn du überlebst, vielleicht Geld bringen. Ich weiß nicht, ob das mich... Ja, Tweet. Ja, ich weiß aber nicht, ob mich das implementiert, weil ich ja gestorben bin. Ob ich auch was kriege. Schön, dass ich gerade so toll nachgekauft hab. Kannst du mal ne Leiche fotografieren? Ne, warum? Die ist ja verdammt heiß aus. Außerdem gibt das Geld. Kannst du mal gucken wegen Buch? Äh... 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 Ich bin mir nicht sicher. Ich, äh... Also... Ja, bei mir ist da so ein X. Wie ein X. Als du tot warst und ins Buch geguckt hast... Ich konnte da alles sehen. Krickel, krackel. Ne, das kann ich nicht sehen. Ne? Warum nicht? Ne, also... Also da ist so ein X. Aber so wie geknicktes Papier bei mir. Sonst komm mal runter. Ne? Nicht. Ich pass auch auf. Hab man gesehen. Wo ist denn der Reitu da? Ich hab mich so erschrocken. Geil. Aber welcher ist doch... Hat man vielleicht gar nicht durch meine Männlichkeit mitbekommen. Aber ich hab mich wirklich sehr erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Kannst du mir glauben? Jetzt, ey. Ja. Ja. Wir haben halt noch sehr viele zur Auswahl, ne? Ich mach einfach Box. Dann guck doch vorher noch wegen dem Buch. Du musst aber noch Fotos machen. Ah, ah. Ich guck doch nicht rein. Doch, vom... Ich hab jetzt... Nein, n-n. Vom Spiegel? Ich hab dann ein drittes Mal in Folge, musst du nicht nachkaufen. Ich hab kein Geld mehr. Vom Spiegel und von meiner Leiche. Ja, klar. Dann frisst doch Sanity, bis du voll bist. Auf 100%. Dann hast du doch Zeit. Die killt mich trotzdem. Ich hab extra Tabletten gekauft. Isst die, bevor die weg sind. Du bist doch nicht da. Ja, eben. Ich verliere die. Ich sterbe. Kann man die Kamera noch mitnehmen? Okay. Die hantet doch gerade wieder. Die geht schon wieder ab, ey. Nein. Ja, das ist so. Pimp ist doch gar nichts. Soll ich hierbleiben und dir sagen, wenn der Strich hochgeht? Nein. Hätte ich auch nicht vorgab. Ich kling dir... Alter, scheiße. Wo war der Strumpfassen? Im Keller. Spiegel ist jetzt links. Foto? Ja. Leiche ist im Keller. Foto? Ich will kein Foto von dir. Das gibt aber Geld. Ja, wieso gibt es das Geld von einer Leiche? Ja, weil ich vom Geist getötet wurde. Das ist ja wohl eindeutig. Kacke. Guck dir die Geisterspuren an mir an. Du laberst scheiße. Nein, ich hab doch hier überall Geisterplasma an mir kleben. Wo ist denn das Buch? Hier in der Ecke beim Schaukelstuhl. Ah, nix drinnen. Ne, jetzt seh ich's auch. Oh, oh. IMF5. Oh, okay. Ach, was lauf ich denn? Ich bin ja schon tot. IMF5, also der Raichu. Hab ich mir schon fast gedacht. Warte auf mich, warte. Ich will mitfahren. Oh, ich hab dich warten. Ja, ich will mitfahren. Kommt hier nie hoch, ey. Ich muss erst mal eintragen. Okay. Äh, IMF5, der Raichu. Hier, Leiche, drei Sterne, man sieht gar keine Leiche. Was hast du denn da fotografiert? Äh, klar sieht man eine Leiche, ich seh dich. Echt? Ich nicht. Hast du, ich wusste, dass man eine Leiche auch... Ja, das gibt auch Geld. Und eine Inka-Aktion. Ja, weil die Rolle geflogen ist. Er hat ja in dem Moment geschmissen und der IMF leuchtet auf dem Foto. Sogar auf 5, kann man sogar sehen. Äh, hab ich jetzt eingetragen? Ja. Sag mal, hast du, warte mal, guck noch mal ins Buch. Hast du bei dem Foto von dem Spiegel, was du gemacht hast, auch so wie Spinnbeben? Nö. Okay. So, Abfahrt. Let's rock it. Jetzt spuke ich in deiner Geisterbase. Ich fang schon an. Wuuu. Hm. Wirf dir erstmal mit Tassen, ey. Was nehmen wir alle Tassen im Strand? Ich werde ein Poltergeist. Guck mal, ich hab 10 Dollar für Fotos gekriegt. Und ich, ich hab anteilig auch Geld gekriegt. 196 hab ich sogar. Wie, 196? Ich hab 100 nur. Ich hab, ich hab 171 von der Versicherung gekriegt. Ja, gut, aber man muss dazu sagen, ich muss ja alles neu kaufen, ne? Na, warum? Achso, hab ich vergessen. Wuuu. Ich spuke jetzt in deiner Base. Was machst du? Ich spuke in deiner Geisterbasis. Wo denn? Ja, ich hab doch grad du gemacht und so ein Wuuu. Geistergejorde. Waffe. Ja, ich bin mal wieder gestorben. Aber die Runde war dennoch witzig, wie ich fand. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch ein Like da. Ja, für Mitleid oder so. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Ja, haupt doch mal ein Like.